Da müssen wir erst mal ein Stück noch fahren So und hier rechts drüber Das ist ein ganz schön Stückchen noch, wir müssen ein bisschen aufs Feld fahren Da müsste irgendwo das Schiff versteckt sein Ich sehe was direkt Da muss ich auch nochmal viel mitschauen Ist ja relativ offen